Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Sandalen. Das High-End-Produkt in unserem Sandaletest geht an die Lico Bioline. Mit dieser Pantolette von Lico können Sie nichts verkehrt machen. Das Obermaterial aus Synthetik ist weich und passt sich so dem Fuß ideal an. Im Inneren findet sich eine weiche Lederdecksohle, die den Füßen auch an langen Tagen den nötigen Komfort liefert. Durch das Kork-Kautschuk-Fußbett sind die Füße optimal gebettet. Die Schnallen ermöglichen eine optimale Anpassung an die Fußform. Damit auch ein spontanes Treffen mit den Nachbarn oder ein Frühstück im Garten problemlos möglich sind, besitzt der Hausschuh eine Laufsohle aus Gummi. Mit dem Hausschuh von Lico freut man sich nach der Arbeit umso mehr, nach Hause zu kommen. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Rika Sandale. Mit einem Sommerschuh aus der aktuellen Frühjahr-Sommer-Kollektion von Rika lässt sich jedes modische Outfit auf perfekte und angesagte Weise ergänzen. Dabei sind die Schuhe von Rika nicht nur dekorative, modische Produkte. Ihre besonderen Eigenschaften machen sie zu mehr als den. Unsere speziellen Konstruktionen und die verwendeten leichten und elastischen Komponenten machen jeden Schuh zu einem Antistress-Schuh. Die Besonderheiten sind ein Minimum an Gewicht, ein Höchstmaß an Flexibilität, eine Passform, die dort Raum bietet, wo sich das Volumen der Füße im Lauf des Tages vergrößert und eine optimale Schockabsorption auf verschiedenen Oberflächen. Diese Eigenschaften machen die Schuhe von Rika zu perfekten Begleitern in allen Situationen des Alltags. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Sandale-Test ist die Crocs Sandale. Nehmen Sie eine Fahrt in eine Art Schuhwerk. Inspiriert vom heutigen Lebensstil für unterwegs, wurde die literide Kollektion geschaffen, um zu ihren Begriffen in jedem Tempo getragen zu werden. Literide Schaumstoff-Fußbetten, der neueste Durchbruch in Weltklasse-Komfort, tragen den Komfort und Stil der weichen, dehnbaren asymmetrischen Riemen bei. Es ist an der Zeit, sich bei jedem Schritt auf dem windigen Weg des Lebens sensationell zu fühlen, Zielanpassung weit. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.